Mischgemüse, Mischgemüse Dem Euro geht es wie immer herzlich schlecht. Ich lese zwar auf Zeitung, bin aber erst im Jahr 1812 angekommen, da ich von ganz vorne anfange. Deswegen mein Vorschlag, wir ersetzen den Euro durch Chicken. Erstens, es ist weniger abstrakt als Münzen und Hartgeld. Jeder kennt Chicken, jeder weiß, es war mal ein Lebewesen. Zweitens, es ist auch von der Dichte an einer Tauschwirtschaft dran. Das heißt, die Währung kann notfalls gegessen werden. In Afrika hungern die Kinder und wir bezahlen mit Hartgeld. Da muss man mal drüber nachdenken. Drittens, es ist international konsensfähig und ein Gemüse. Chicken ist ein Gemüse. Es ist fettfrei und wächst auf dem Boden. Don't panic, it's organic. Und wenn ihr auch dafür seid, wenn ihr für Chicken statt Hartgeld seid, dann verteilt dieses Video. Verbreitet die Idee, macht es zu einem Lauffeuer der Griffigkeit. Und wenn Deutschland dies für Europa umsetzt, ich bin das ganze Jahr über auf Montage, aber dienstags zu Hause. Entschuldigung für Florian Felstern. Vielen Dank. 110 MDR-5